nächsten schritt nähern und dann hier auch so ein bisschen zusammen chillen können was wir hier auch sowieso schon tun aber halt mit live reactions und so weiter das heu muss mit den hasenfüßen aufgewirbelt werden heu in maine kutzawash hat mir heute geschrieben falls ihr das nicht gesehen habt oder mitbekommen habt die hasen gegen hat es mitbekommen in der whatsapp gruppe habe ich das gepostet ich habe ein video hochgeladen ich packe aus über shirin davids manager tabern da war ja auch kutzawash dabei und so weiter an dem tag was ich dort real life mäßig erzähle habe den auf twitter geschrieben kutzawash erinnerst du dich noch an den tag hat geantwortet hat es positiv aufgenommen und er hat ein video von die gewalt gesehen wahnsinn bin schon länger dabei halb